Ferla Agrara, Gelsi Grande Cinque-Sexi, Schlacht an der Flie. Begut, Schiff! Streck, stopp, jetzt kommen wir gehen. Soll es mit der Reis, die wir zu gehen. Stopp, die Rauch, Achtung, stopp, mit Züge aufrichten! Untertitelung des ZDF, 2020 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 die Kunstvollstiftung in der Hilfe Sternschnuppe hat erfüllen dürfen. Das macht uns sehr glücklich, dass das möglich war, trotz diesen schwierigen Umständen, und wir zusammen mit der Patriot Suisse, dem Ursuin, diesen wunderschönen Tag ermöglichen konnten. Ich bin sicher, er wird das nie mehr vergessen. Die Passion, die er auch teilt mit den Piloten, die er das heute wirklich ausleben konnte, das war sehr berührend für uns. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Wir haben lange auf diesen Tag hergeblangt und sind sehr glücklich, dass es jetzt so geklappert hat. Und man sieht es auch bei Ursina, dass er unheimlich viel Freude hat. Er ist nicht der Kommunikativste, aber man spürt es an der Körperhaltung, an dem Gesichtsausdruck, dass das ein ganz, ganz tolles Event ist und er extrem Freude hat daran. Für uns war es als Familie wieder einmal ein Anlass, den wir zusammen haben durften verbringen. Wir haben in eine ganz andere Welt gesehen, die wir eigentlich nicht so gekannt haben, wo man immer von aussen ein wenig zugeschaut hat. Und wir waren extrem beeindruckt von der Offenheit, von der Professionalität der Patriot Suisse, dass wir hier alles haben durften, miterleben und anschauen. Ja, es ist überwältigend. Schön, dass wir das machen konnten. Mega, mega cool. Und ja, es ist auch sprachlos. Nicht so genau, um zu wissen, was und wie und wo, aber super Sache. Und schön, dass er jetzt hier kommen konnte und so glücklich ist. Es ist etwas vom Schönsten, wenn man dem Kind eine Freude machen kann und nach einem Strahlen in den Augen sieht, nach so einem Tag oder auch während dem ganzen Tag, wo ich jetzt den Ursin sehen konnte. Ich habe selber auch drei Kinder und ich weiss, was das bedeutet. Ich war selber auch mal als Kind, manchmal sogar immer noch ein bisschen. Und es ist doch einfach etwas Schönes, wenn man die Glück und die Freude bescheren kann. Ich habe jetzt gerade so durch den Kopf, wenn das alles die Eindrücke zur Arbeit ist. Ich weiß nicht, jetzt wird es uns Refilet hatten. Auszweckern.